Ja hallo Leute, ich bin es heute morgen mal wieder. Heute morgen mal wieder mit dem Thema WinDigiPad und zwar 2021er Version und ich habe gesehen, beziehungsweise ich habe gestern dann nochmal ein Update gemacht auf die 0B Version. Das denke ich sollte sich auch vielleicht jeder runterziehen. Da kommt ja ein Hinweis, wenn man in WinDigiPad reingeht und ich denke mal, das ist eine ganz gute Sache und für mich ist es im Speziellen eine sehr gute Sache, weil das will ich euch jetzt heute mal erklären. Es geht dabei um die Belegmeldung von Weichen. Dazu werde ich noch ein PowerPoint einblenden und dann noch ein bisschen umswitchen und wir hatten ja letztens im Prinzip gesagt, ich mache ein Video von WinDigiPad über die Grundstellung von Weichen. Das ist was anderes und jetzt mache ich ein Video von Belegmeldung von Weichen, weil es eben dieses Update gegeben hat und es wird noch ein weiteres Video geben von der sogenannten Stellungsüberwachung von Weichen. Das sind also drei verschiedene Sachen, die man auseinanderhalten muss. Okay, also heute geht es um die Belegmeldung von Weichen. Man könnte auch sagen, das wäre ein Thema zu meinem Thema Optimierung von, weil überall, wo ich jetzt was ändere, wo es jetzt irgendwie was zu tun gibt, wo ich gut drankomme, da werde ich dann halt auch, wenn es möglich ist, leicht möglich ist, die sogenannte Belegmeldung von Weichen einbauen. Okay, was ist das jetzt also? Ich schalte mal den Rade hier wieder weg und dann geht es mal los. Es geht also letztendlich um drei Begriffe, nämlich, und das sind drei verschiedene Dinge logischerweise, das ist einmal die Grundstellung einer Weiche und dann geht es um die Überwachung einer Weiche und es geht um die Position einer Weiche. Das sind drei Dinge, die man tun kann, um das Fahren auf einer Anlage noch sicherer und fehlerfreier zu machen, sodass es eben nicht zu Unfällen kommt und so weiter. Also, ich habe es mal für mich so definiert, ob das jetzt richtig ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber einfach nur, um das mal ein bisschen deutlicher zu machen. Also, die Grundstellung, die haben wir letztens besprochen, für mich ist die Grundstellung von Weichen einer oder von Weichen, das ist diese Position, die nach dem Einschalten oder nach dem Hochfahren einer Software gesetzt wird. Das heißt, damit ist gewährleistet, dass immer die Weichen in einer ganz bestimmten Position stehen, damit ich, wenn ich von einer Software zur anderen schalte, nicht immer da ein Problem bekomme. So, dann gibt es die sogenannte Besetzt- oder auch Rückmeldung von Weichen. Die gibt es ja auch, die Besetzt- und Rückmelder gibt es ja als, das sind ja die normalen Rückmelder, die man hat, um einen Block zum Beispiel rückmeldefähig zu machen oder anzuzeigen. Und genauso, wie ich das bei einem Block oder für einen Block mache, so kann ich natürlich auch eine solche Rückmeldung nur für eine Weiche machen und dann muss ich sie natürlich isolieren, muss da Trenner einbauen und so weiter. Und das ist das Thema von heute. Das heißt, hier haben wir es heute jetzt mit einer wirklichen Rückmeldung oder einer Besetzt-Meldung zu tun. Und zwar, das habe ich jetzt mal so genannt, das ist die Überwachung einer Weiche, ob sich in dem Fall eine Lok oder ein Wagen oder mehrere Wagen zum Beispiel auf einer Weiche steht oder über einer Weiche steht. Das heißt also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das kennen wir alle, wenn man dann beim Hin- und Herfahren, manuell rangieren, auf einmal eine Weiche umschaltet und dann fliegen alle Wagen raus und was weiß ich, dann entgleist alles. Also das ist keine gute Sache und da ist es halt wichtig, dass man so eine Rückmeldung einbauen kann, wenn man es kann, je nachdem, was man für ein System hat, was man für Weichen hat. Ja, dann lässt es sich etwas besser oder etwas schlechter machen. Also das ist für mich die Besetzt-Meldung beim Zweileitersystem oder beim Dreileitersystem eben, die Rückmeldung einer Weiche. So, ob da eben was draufsteht oder nicht. Das ist das Thema von heute. Und dann gibt es auch noch die Stellungsüberwachung, das wird noch ein extra Video werden. Das kommt dann im Anschluss an die Geschichte. Das heißt, die Stellungsüberwachung einer Weiche ist letztendlich die Position einer Weiche. Also wo steht die Weiche? Steht sie richtig oder falsch? Hat sie richtig geschaltet oder nicht geschaltet? Steht die Weiche also auf gerade oder auf abgebogen da, wo sie stehen sollte? Das ist praktisch auch eine Rückmeldung dann, wenn man so will, an die Software, nämlich aber nicht eine Rückmeldung, ob da was draufsteht, sondern das ist dann eine Rückmeldung, ob die Weiche gerade oder abgebogen steht. Also nochmal wieder ein Punkt, wo man das dann entsprechend sicherer abfragen kann. Okay, das kommt aber beim nächsten Mal. So, jetzt blende ich mal wieder über und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Mal los. So, also wir sind auf meiner Anlage. Alles ist eingeschaltet. Und zwar habe ich hier in diesem Bereich, ich kann das auch da vielleicht mal ein bisschen größer machen, wenn ich denn wüsste, wo da. So, hier in diesem Bereich habe ich jetzt zum Beispiel die Weiche 6 und 7. Das ist 6 und das ist 7 und das ist die Weiche 8 hier vorne. Die habe ich schon mit den sogenannten Belegmeldern oder einem Rückmelder, wenn man so will, beim Dreileitersystem ausgerüstet. Bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel hier, wie gesagt, ein Zug steht und der steht jetzt kurz vor der Weiche und ich würde diesen Zug jetzt mal fahren wollen. Dazu muss ich mir den erstmal raussuchen. Und da ist er. So, wenn ich den also jetzt nach vorne fahre, als Beispiel, dann, ich muss mal eben hier das Ding hinweg tun. Jetzt fährt der Zug. Ah, ja, moin, da sind wir jetzt bei der falschen Nummer. Nehmen wir mal diesen Zug hier, die 194. So, also diese 194, die habe ich jetzt gerade gefahren. Genau, das war nämlich die falsche. Und dann kann man nämlich das da mal sehen. So, also, die 194 steht hier auf diesem zweiten Gleis im Hauptbahnhof und die Weiche ist nicht belegt. Das heißt, die 194 steht nicht auf der Weiche. Wenn ich sie aber jetzt ein Stückchen nach vorne fahre, dann mag man mal hier diese Weiche beobachten. Ich tue den Zeigefinger aber weg, sonst stört er uns hier. Ich tue den da drunter. Na, 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 komm. Achso, ne, der ist dann da unten. Ja, gut, okay. Also, diese Weiche beobachten wir jetzt mal. Das ist die Weiche Nummer 7 in dem Fall. Ich fahre jetzt ganz langsam die Lok nach vorne. Sie fährt jetzt. Und sie wird jetzt gleich auf der Weiche ankommen. So, da steht sie. Und sie steht jetzt drauf auf der Weiche. So, das bedeutet, wie ihr seht, ich habe hier die Rückmelder angegeben. Und ich habe jetzt praktisch für die Weiche einen einzigen Rückmelder spendiert. Und das ist jetzt der Rückmelder in dem Fall mit der Nummer 85. So, das heißt, die Weiche 7 hat jetzt einen eigenen Rückmelder. Und die Lok steht jetzt da drauf. Und deswegen, ja, wird sie mir gemeldet. Und das ist auch gut so. Weil es gibt nämlich dieses Update, die 0B-Version. Und die hat nämlich folgende Eigenschaften jetzt. Wenn ich jetzt mal hier in den Editor gehe, dann kann man das nämlich gleich sehen. Und den Effekt werde ich dann auch zeigen. Weil jeder kennt es ja, dieses Problem, wenn ein Zug auf einer Weiche steht, über einer Weiche, Anhänger über einer Weiche stehen. Und ich schalte dann die Weiche, dann gibt es immer dieses lustige Spiel, 32 Waggonsheb auf oder wie das dann immer heißt. Also, das heißt, es gibt immer ein Problem mit dann einem Schalten der Weiche unter einem Zug, unter einem Lok. So, unter einer Lok. Wenn ich jetzt also hier auf Magnetartikel gehe und ich gehe auf diese Weiche, so, gehen wir mal da drauf, dann kommt das Bild dazu. Nämlich, das ist die Weiche 7. So, und sie hat eine, die Schaltung, die wird hier angezeigt, die Grundstellung wird dort angezeigt, wie ich sie haben möchte. Die Überwachung der Weiche, und das ist jetzt eben die Stellungsüberwachung. Da habe ich jetzt momentan noch keine drin, weil da habe ich keine Stellungsüberwachung. Das ist auch nicht das, was ich jetzt meine. Es gibt jetzt eine andere Version, oder in diesem Update eben eine Möglichkeit unter Optionen. Hier hat sich ein bisschen was verändert, und zwar ist hier ein Feld dazu gekommen. Und hier habe ich jetzt eine Rückmeldekontaktzuordnung. Das ist dieser Kontakt 85, oder der Rückmelder 85 in dem Fall, Dreileitersystem. Und wenn ich jetzt diesen 85er hier angebe, dann wird die logischerweise zurückgemeldet. Ich gehe nochmal eben hier raus, mache nochmal Abbrechen, und ich gehe mal eben auf Rückmelder, und dann kann man das nämlich hier sehen. Diese Weiche hat jetzt hier die 85. Da steht die 85, die habe ich jetzt hier eingetragen. So, okay, gehe ich aber jetzt dann nochmal eben hier auf die Weiche. Na komm, so, auf Optionen. Dann habe ich hier noch ein kleines Häkchen. Hier steht zum Beispiel, während einer Belegmeldung, manuelle Bedienung und Umschaltung durch Fahrstraße sperren. Und das ist nämlich das Wichtige und das Entscheidende dabei. Heißt, wenn ich dieses Häkchen rausnehme, machen wir jetzt mal, sagen wir immer Ja. So, dann gehen wir mal hier raus. Wir speichern das mal eben kurz wieder. Dann kann ich nämlich eine Weiche schalten. Das heißt, ich kann hier jetzt schalten gleich, obwohl ein Zug drauf steht. Ja, komm, ja, so, das, 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 ja, das wollen wir alles jetzt nicht. So, heißt, der Zug steht drauf, und ich kann trotzdem schalten. Man sieht, dass ich hier schalten kann, und man hört es auch. So, das ist natürlich nicht das, was man will, im Endeffekt, weil, das ist nicht gut, ne? Kennen wir ja alle. So, also, wenn der Zug also jetzt hier drauf steht, und ich gehe nochmal hier auf den Editor, und ich gehe dann nochmal auf die Weiche und setze dieses Häkchen, und das ist dann eigentlich das, worum es geht heute, dann kann ich diese Weiche eben nicht mehr schalten. Und das ist das Geniale, beziehungsweise das Gute, was man jetzt in dem Update noch mit eingebaut hat, und das finde ich ganz klasse an der Stelle. So, ich gehe auf die Weiche nochmal, hier, so, da, auf Optionen, und ich setze jetzt dieses Häkchen, so, und sage, ja, das will ich so haben. Dann wird jetzt folgendes passieren. Ich gehe wieder hier raus. Ja, muss er alles einmal eben einlesen. Okay. Das brauchen wir jetzt auch nicht dafür. So, jetzt steht die Lok immer noch an der gleichen Stelle. Sie steht immer noch auf der Weiche, und sie wird immer noch angezeigt, und die Weiche sagt, da steht eine Lok, nämlich diese hier. Und wenn ich jetzt drauf klicke und will schalten, passiert folgendes. Achtung. So, hier kommt ein Fenster. Das heißt, Achtung, Magnetartikel durch belegte Rückmeldung gesperrt, trotzdem stellen Ja oder Nein. Und wenn ich jetzt sage Nein, dann wird da nichts gesperrt. Äh, dann wird da nichts gestellt. Entschuldigung. Das heißt, dann wird sie also gesperrt. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, Ja, ich will in dem einen Fall vielleicht schalten. Dann schalte ich sie um. So, und dann kommt wieder die Meldung. Nochmal umschalten. Dann sage ich Nein. So, und dann ist wieder Feierabend mit dem Umschalten. Also, ich finde, das ist eine ganz super Funktion, die man jetzt hier eingebaut hat, weil damit ist es nämlich dann einfach unmöglich, die Weiche zu schalten, während der Zug fährt. Was ja sowieso normalerweise gesperrt ist, aber auch im manuellen Betrieb kann ich dann, wenn ich jetzt Zug rangieren muss, aus irgendeinem Grund kann ich nicht fälschlicherweise die Weiche dann umstellen hier an dieser Stelle. Also, finde ich ganz klasse. Die gleiche Überwachung habe ich hier eingebaut. Das heißt, die kann ich jetzt schalten, logischerweise. Ich kann dann auch die Southern Pacific mal eben da drüber, da drauf fahren. Wo ist sie? Da unten ist sie. Da, so. Ich fahre die jetzt mal ein Stückchen vor. Sie fährt jetzt gerade. Sie kommt jetzt auf diese Weiche. Dann müsste jetzt gleich drauf sein. Da ist sie. So. Und jetzt hat man noch was anders gesehen. Das heißt, ich kann auch hier sagen, jetzt will ich die Weiche schalten, sage ich Nein. Und ich habe jetzt, sie hat automatisch jetzt hier zum Beispiel die nachfolgende Kreuzungsweiche mit verriegelt und gesagt, okay, da kannst du jetzt nicht schalten, weil da passiert das Gleiche jetzt, obwohl die Kreuzungsweiche jetzt gar keine Rückmeldung hat, eigene. Das heißt, ich habe sie aber dadurch mit dem gleichen Rückmelder wie hier verbunden. Das ist jetzt in dem Fall der Rückmelder 84. Ja, und ich kann das so verriegeln, dass auch wenn ich jetzt weiß, der muss jetzt geradeaus drüber fahren und ich weiß, diese Weiche darf nicht schalten, dann darf logischerweise auch die Kreuzungsweiche jetzt nicht mehr schalten. Also das muss dann vorher geschehen. Wenn ich jetzt die Lok wieder zurückfahren lasse, Moment, so, dann ist die frei. Ja, die ist auch frei. Die Weiche ist frei, wenn ich die jetzt umschalte hier, sagen wir mal dorthin, so, und ich fahre die dann wieder vor. Dann passiert wieder das Gleiche, nur in die andere Richtung. Das heißt, ich kann diese nicht stellen und ich kann die auch nicht stellen. Also, klasse Funktion. Ja, und weil das so schön funktioniert, deswegen fahren wir jetzt mal hier, wenn ich das Ganze wieder kleiner gemacht habe. So, hier haben wir jetzt unseren oder meinen ICE stehen, da sage ich jetzt Start, da sage ich jetzt hier in den Bahnhof reinfahren, Zielwillen, nein, das ist nicht die Strecke, die ich haben will, ich will jetzt einfach hier runterfahren, da, 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 hin, okay, da steht auch eine Weiche. So, und ich sage jetzt einfach mal fahren. Dann kommt der ICE angerauscht, fährt jetzt hier über meine Brücke in diesen Bahnhof, Gleis 5, stellt sich da jetzt hin, so, da kommt er und er steht jetzt da und er belegt die Strecke, wie man sieht, das ist alles richtig und jetzt kann ich die Weiche hier noch umschalten. Wenn ich jetzt den ICE noch ein Stückchen weiter fahre, so, jetzt steht er nämlich auf der Weiche, hier auf der Weiche 8 und dann kann ich sie wieder nicht mehr schalten. Also, super Sache, finde ich klasse, ja, und ist eine Top-Geschichte und ich kann ja auch mal da weiter wegfahren, dann wird er wieder frei. So, jetzt steht der ICE halt auf der Brücke, auf der anderen hier, an der Stelle und dann ist sie auch wieder frei. Fahre ich jetzt von der Seite wieder drauf. So, da ist er noch nicht, da, jetzt ist er da, jetzt steht er auf der Weiche. Jetzt geht's wieder nicht. Ja, das war's, was ich zu diesem Thema sagen wollte, also Rückmeldung oder Belegtmeldung von Weichen werde ich jetzt überall einbauen, da wo ich hinkomme, da wo es einfach geht, da wo man was machen kann, kann ich nur jedem empfehlen. So, okay, also, das war was zum Thema Update jetzt wieder von WinDigipad 21. Euer Radi sagt Tschüss für heute wieder, bleibt gesund, hier fällt mir gleich was runter, werdet gesund und passt auch für euch auf. Also, bis dann. Ciao, euer Radi. Tschüss für heute. Tschüss für heute. 尾